Die Masse ist hier ein Begriff im Zusammenhang mit den Grundbegriffen. Sie ist ein Bezugpunkt, auf den sich alle Spannungen beziehen. Die Masse ist ein leitender Körper, der im Regelfall das Potential von 0 Volt trägt. Oftmals wird der Minuspol der Spannungsquelle zusätzlich als Masse benutzt. Sie wird abgekürzt mit GND, das Schaltzeichen sieht wie hier eingeblendet aus. Ich bin Enrique Fernandes, hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.